Herzlich Willkommen, wieder dabei sind der gute Katka, der Michel, der Spex und der Wemsel. Drei Sekunden. Passiver, latent. Kommt's noch? Hallo? Da ist es. Und los geht's. Wir spielen eine Runde TKO. Das ist für mich gerade eine Achterbahnfahrt der Emotionen und der technischen Möglichkeiten, die nicht Möglichkeiten sind. TKO. Ich bin der Tournament-Master und habe einen psychischen Bord mit jedem T-Shirt im Universum. T-Shirt Island, dann die Feuer-Nation-Attack. Und alles hat verändert. Kommt ruf den Avatar. Every epic tale starts somewhere. Yours begins here, at the training grounds. You will use your device to draw three drawings. Jetzt muss ich zeichnen. Nein. Nein. And if your heart can't think of anything, just hit the suggestion button. Warum sind wir alle B-Listen-Pokémon? Wir sind alles mit Pärs. Zeichnen, ja toll. Was soll man jetzt zeichnen? T-Shirt. Ich hab keine Ahnung, ich glaub ein T-Shirt-Motiv. Was sollst du ein Motiv zeichnen? Geh. Es gibt keinen Eimer. Ich könnte schon wieder heulen. Ich bin mal so fair ein Zeichen wie mit der Maus. Ich muss auch mit der Maus sein, dann find's eigentlich nicht so toll, aber egal. Ich habe keine andere Möglichkeit, als mit der Maus zu zeichnen. Deswegen stellt euch mal nicht so an. Heißt das, wenn man einfach nur irgendwas zeichnen soll. Ich brauch immer, ich brauch immer ne Vorgabe. Ne Idee. Ja, die Vitätsanstoß. Mal doch mal Wumsel. Ja, mal Wumsel, das ist ne Idee. Äh, ja, genau. Hä? Mir fällt nix ein. Immerhin bin ich ein krasser Harald. Ja, du kannst auch Suggestion unten klicken, dann kriegst du ein Thema. Ja, es ist zu spät. Am Buddy get fired. Okay? Ja, komm, egal. Nein. Penis. Was hättest du wollen können? Wow. Try to think more like me. Begin your second drawings. Äh, äh. Ich hab im Generalen jetzt, oder wie? Das ist so just just just. Aha. Was sind das für Farben? Meine Schürze sind sehr thematisch. Ich würde mich auch als Künstler bezeichnen. Für mich als Kreativ-Legas-Treknecker. Jetzt auch auf Wumsel ist der Kapper. Oh Gott, ist das krampfig. Oh Gott, was ein Mist. Ich muss warten, bis andere Spieler fertig sind. Ich hab auch keine Ahnung, was ich abgeliefert hab. Keine Ahnung, was zum Teufel. Du hast das Ganze mal keine vor fünf Minuten vor gesagt. Oh, mich sache. Ja. Das war doch die letzte Zeichnung. Das war doch für die letzte Zeichnung. Genau. Äh. Nein, ich hab nicht auf okay geblieben. Oh, scheiße. Not okay. Not okay. Hä? Was? Was ist die Zeichnung? Noch ein drittes T-Set. Ach so, jetzt hab ich... Äh, okay. Jetzt hab ich noch 77 Sekunden, um aufs Klo zu gehen. Ich kacken, Junge. Musik ist auch überhaupt gar nicht nervig, Gott sei Dank. Das war ein schöner Dänger-Soundtrack. Eines ist sehr simpel gehalten, aber kunstvoll. Das ist das falsche Spiel für mich. Das dachte ich ja jetzt schon. Dann hab ich ja so richtig rausgesucht. Ich hab dir befürchtet, dass egal, wann ich irgendetwas sage, es einfach unpassend ist, weil es zu spät ankommt. Deswegen musst du ja reden, weil das macht's noch besser. Wir hören immer Vergangenheitsbemsel. Vergangenheitsbemsel. Wumsel. Es ist Wumsel aus der Vergangenheit. Oh Gott, das wird eine Katastrophe, ey. Für eure letzte Übersetzung schreibst du so viele Slogans oder Phrasen, wie du kannst. Das kann ich nicht. Ich bin sicher, dass alles, was du schreibst, wird einer von diesen. Und nicht vergessen, dass du den Begriff-Suggestion-Button bist, wenn du verstanden bist. Aufstehen! 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 Vielen Dank für's Zuschauen! Ich hoffe, er hat mir letztes Jahr geschenkt. Oh meine Güte. Was? Neun? Neun. Ich merke so ein gewisses Booster in so gewissen Running Gags hier. Ich verstehe gar nicht, was zu tun ist. Mann, ist es wenig Zeit immer. Wir haben doch keine Zeit. Von mich ist allgemein wenig Zeit gefühlt. Das war 5 Sekunden weniger. Wow. Das ist so falsch. Dein Spiel erkennt man immer noch sehr gut, trotz Maul. Warum steht eigentlich Kim Rules? Als es eine Rakete ist. Okay. Versus? Das nicht war keine Zeit mehr. Okay, das wäre wieder schön. Dann fahren Sie mal in Baden-Württemberg. Es scheint ja alle recht dünn zu sein. Wunderbar. Und sehr gut gekleidet. Da fehlt eigentlich nur noch das Monokel. Versus? Die geht steil. Diese wunderschöne Banane. Das ist wahrscheinlich dann Punkte, wer von wem was zusammengewürfelt hatte. Keine Ahnung. Aber ich habe die Banane gemalt. Und ich finde sie schön. Das ist Bar-Narne. Bar-Narne. Du nimmst lieber das als dein eigenes. Dann kommt der Shop raus. Okay. Danach können wir die alle im Shop bestellen und uns drucken lassen. 30 Euro das T-Shirt. Wow. Back to the dojo. Use your devices to enter one new drawing and as many new slogans as you wish. I want you to know. I believe in you. Go! Oh. Hm. Hihihi. Ich finde es ein bisschen doof, dass man da nie ein Motto kriegt. Irgendwie. Kannst du unten einklicken, dann kriegst du ein Motto. Ja, aber nicht. Es kriegt halt dann jeder ein anderes. Musik stresst mich auch komplett. Ich will es auch nicht. Ein wunderschönes Gemälde. Ich bin nicht überzeugt. Ich auch nicht. Und ich habe Latenz. So wieder. Latence. Ich bleib bei den Slogans. Verzeichnen könnt ihr immer. Latence. Wow. Wisst ihr, was ich jetzt mal geschrieben habe, war schon gespeichert, aber noch nicht abgeschickt. Ich lieb's. Ja, hatte ich noch. Vorhin auch. Oh, write something funny. Ich hasse sowas. Auch noch unter Zeitdruck. Wer macht solche Spiele? Das ist genau wie ich YouTube Titel mache, übrigens. Das ist genau dieselbe kreative Prozess. Schreib etwas witziges. Okay. Mach Haste, bevor die Zeit rauskommt. Nö. Kann sowas nicht. Die zweite Gälde löschen und die härieren Pau der Kismet haben gespeichert. Hintergrund keine Alufolie. Schreib deinen trockenen T-Shirt-Warrior. Da oben kann man noch die Zeichnung wechseln, das hab ich gar nicht gesehen. Wow. Ich dachte, warum war da oben drei Punkte? Oh. Kann ich noch ein paar Slogans schreiben? Dann wär's doch zu einfach. Die Slogans. Kannst noch ein paar Festgans schreiben. So ein sehr, sehr, sehr gemächlicher Wasserfrogen. Die Slogans. Unsere Latenzion ist weg. Guck mal, wie er damit spielt. Blub. Time comes short, hurry up and finish already. Sieht ein bisschen aus, er hat dabei starke Schmerzen jedes Mal, wenn das Ding springt. Ja, das Wasser kocht, wenn er nachdenkt, weil der Kopf so heiß läuft. Deswegen blubbert das so. Ich drück dir mal einen Trocken Wasser aus dem Kopf, der jetzt auch starke Schmerzen ist. GONGLACK 2 Bier her. Was soll das bitte sein? Peter ist manchmal lustig. Die Legende. Wow. Einer hat einfach nicht bestimmt. Ja, Bämsel. Aber... Hier... Latenz. Latenz, genau. Latenz, genau. Das ist Tief-Shirt. Das ist Tief-Shirt. Hallo? Da ist er wieder. Drake. Könnt ihr mich verstehen? Ja, hallo. Ja. Ja. Wir haben dich schon vermisst. Jetzt seh ich, dass er Space ist. Das ist der Tastable Space. Guck mal, ich hab ne 3 auf dem String. Juhu. 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 Versus? Ist er dann ein Göffel? Ach so. Das ist ein Andropomorfer Löffel. Ah. Ein Andröffel. Und ja, das war der Vorschlag. Aufs Spiel. Und Space räumt ab mit dem T-Shirt, was ich komplett alleine gescheit habe. Sieben Minuten. Gauntlet-Winner. Strike-Winner. Ja, das ist ein gute Bratwurstbrat-Gerät. Wow, Alter, was ist das für ein Lacheld? Mit einem Bratwurstbrat-Gerät. Wird ihr noch Held draußen, oder? Es ist Held draußen. Ja, das ist, denke ich, einfach. Das, was mich nicht hängt. Den Fünfer will ich noch. Ja... Bin euer unbedingt so freu geblieben. Ich bin der Kondensivierung nicht freu geblieben. Ich bin der Kondensivierung nicht freu geblieben. Berscheids. Als wenn das gewinnen würde, dann lach ich mich schlapp. Weil immer Kondensivierung bin ich für dummer. Rally Gag geworden. ist für einen dummen Zwischenruf bei, ich glaube, TTT, oder? Ja. Ich schlachte den gerade aus. Ich kapiere schon gar nichts mehr, was da los ist. Latenz. Wir haben einen Champion. Es sieht, wie alles funktioniert. Aber es ist eine Frage, die uns nicht lösen hat. Wer ist der Tour? Oh, warte, nein, es war ich. Keine Ahnung. Jetzt ist er einfach bei und er sagt nicht, wer gewonnen hat. Klick hier to share or buy this Shirts. Was? Das steht bei mir hier im Browserfenster. Geht das? Was ist los? Keine Ahnung. Man kann die echt kaufen. Das Spex ist der beste. Das ist der beste. Das ist hier bei einer Runde. Man kann das echt kaufen. Wo bin ich? Was ist los? Das kostet nur 23 Dollar. Abmord. So, und ich hoffe, er hat genauso viel Spaß wie wir. Ich bedanke mich auch bei den... So mittelfiel. Ja gut, aber war auch schön ein paar Motive dabei, oder? Auf jeden Fall. Ich bedanke mich für's Zuschauen und auch bei den lieben Mitspielern. Dem guten Katka wieder, Miche, Spex und Bemsel. Schaut auch gerne bei denen vorbei. Und bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Alle Shirts bei uns im Merch-Shop. Tschüss. Und Bemsel verabschiedet sich morgen. Ja, zwei Minuten später. Wir warten halt auf Bemsel. Ja, deswegen hab ich auch noch die Aufnahme an. Ja, ich auch. Bemsel. Gute Morgen. Da kam's. Tschüss. 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 Macht's gut. Adieu. Moderno. Adios. Mojimoji. Ade. Ja, hatte noch nachgedacht. Ja. Ja. Tschüss. Schaar. Tschüss. パ Smith. Tschüss. und die nichts быть liers S